Als nächstes spielen wir für Sie, für euch ein Quartett in F-Dur von Karl Böhm, ein klassisches Stück, welches wir auch in unserem Repertoire normalerweise jetzt haben oder gehabt hätten, auch für die Klassik-Lounge und für ein Feuillerkonzert. Vermutlich wird das Ganze nicht stattfinden, wir warten mal ab, wir hoffen immer noch das Beste. Also Quartett in F von Karl Böhm, gespielt vom Alto-Klanettenquartett. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020